Herr Jäim Jäim Jutes Ellum. Rabbi Noah Zocken, seien dich noch in Witabsk, hat er amohl gesorgt ad Tera von Postig Atemnetsovim Gamer. Und hat geteicht, Mechete Vececho? Isloschen Eizo. Me Daff Uishhacken, der Rabes Machschowes Belev Isch. Sheev Me Macho? Und das ist das Teire, was der alte Rebbe hat gesagt, noch sein Dick im Wittabsk. Und das ist das Teire, was der Rebbe hat gesagt, das ist das Teire, was der Rebbe hat gesagt, das ist das Teire, was der Rebbe erzählt. Und das ist das Teire, was der Rebbe erzählt. Und dann wird das Geheben, bei der Rebbe, wenn wir noch gewinnen mit Wittabsk, wenn wir gar nicht vorkommen, wo wir einmal sagen, wir sind alle anderen. Und wir machen das Geheben, die andere Menschen sind. Also, wenn wir das Geheben, die sie in den Geheben sind, gibt es auch ein Geheben und ein Geheben. Was ist das Geheben? Was sind die Geheben, die Geheben sind und ein Geheben? Die Geheben sind alle Geheben. dann sind wir mit dem Gehen also sind wir mit dem Gehen sehen wir mit dem Gehen die Gehen müssen sich vor Gott dann sind wir mit dem Gehen dann sind wir mit dem Gehen die Gehen sind und die Gehen sind der Gehen sind aber Aber es darf sein Avede Bepehel. Und Avede Bepehel ist Mechetev Ezecho. Aber wir darf Uishaken Ezecho. Ezecho, die Holz und Echet Miloschen Ezo. Wir darf Uishaken die Ezes, die Gedanken, die eigene Netties, was am Mensch tracht, die Rabess Machschowes, Bulewisch. Und sief mir Mecho. Uishaken die Maien, was matzmichin kolmine Tainug. Midaf Uishaken, mawek shaken, waser, idoch, dos, was matzmich kolmine Tainug, alle Tainug, jelum haza, kum toch fum waser, is darf menawek nemen, ot adi Maien, was eine matzmich kolmine Tainug.